so heute ist der spannende tag gekommen wo ich zum friseur gehen will und ja ich bin jetzt schon auf dem parkplatz der mall und kauf da noch ein paar sachen ein für lasagne heute abend und mit ein bisschen glück sieht das jetzt gleich anders aus und die haben mich verstanden ich habe ungefähr die frisur die ich haben wollte und ja wir sind mal gespannt drei zwei eins und ja wie man sieht haare sind ab ja mit dem styling da kann man nicht überstreiten die hat mir jetzt einfach was gel reingehauen die freundin wird sich jetzt wahrscheinlich beschweren weil es wieder ein bisschen kurz ist aber ich habe mir gedacht kommen die meister treib ich eh kappenhaare kurz umso besser stört weniger auf dem kopf so so so